Vor einigen Jahrhunderten gab es richtig viel Bewegung in Europa, denn als das Römische Reich so langsam zu Ende ging, begannen viele verschiedene Völkerstämme damit, umherzuwandern und sich ein besseres Leben zu suchen. Das nennen wir die Völkerwanderung. Mit der Völkerwanderung sind vor allem die Wanderungen der Hunnen und der germanischen Stämme in die Gebiete des Römischen Reiches gemeint. Das fand ungefähr zwischen 375 und 568 nach Christus statt. Zum einen lag das daran, dass sie selbst von anderen Stämmen aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. Zum anderen gab es Klimaschwankungen und Missernten, die zu Kälte und Hunger führten. Darum wanderten die Menschen meist in Richtung Süden ab. Die Völkerwanderung begann mit den Hunnen. Die vertrieben 375 nach Christus zunächst die Goten, die am Schwarzen Meer ansässig waren. Die vertriebenen Goten baten nun um Aufnahme in das Römische Reich. Sie boten den Römern im Gegenzug militärische Hilfe an. Doch die Aufnahme und Integration der Goten funktionierte nicht besonders gut. Und deswegen kam es zu einer Schlacht, die die Goten gegen die Römer gewannen. Nun siedelten sich die Goten im Römischen Reich an. Und das kam Rom letztendlich zugute. Denn 451 kämpften die Westgoten zusammen mit den Römern gemeinsam gegen die Hunnen. Diese Schlacht ist als die Schlacht auf den katalanischen Feldern bekannt geworden. Doch Rom kam einfach nicht zur Ruhe. 455 nach Christus fielen die germanischen Vandalen in Rom ein. Sie kamen von Nordafrika her, eroberten Rom und plünderten es. Der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustus, wurde dann von dem germanischen Truppenführer Odoaca abgesetzt. Doch seine Macht hielt nicht sehr lang, weil der ostgotische König Theoderich Krieg gegen Odoaca führte und ihn schließlich umbrachte. Damit war Theoderich Herrscher über Italien. Die Völkerwanderung endete mit dem germanischen Stamm der Langobarden. Sie kamen 568 nach Christus über die Alpen und eroberten Norditalien. Dir ist sicher aufgefallen, dass es viele verschiedene Volksstämme gab, die sich immer wieder bekriegten. Teilweise ist deren Ursprung und Zugehörigkeit bis heute nur noch schwer zu ermitteln. Fakt ist aber, dass ab dem 4. Jahrhundert immer mehr Menschen vom Norden in den Süden kamen und sich die verschiedenen Kulturen vermischten. Weitere Videos zu allen neuen Schulfächern findest du auf LearnAttack.de. Melde dich an und erweitere dein Wissen. Du hast etwas nicht verstanden? Kein Problem. Frag einfach unsere WhatsApp-Nachhilfe. Und willst du dein erlerntes Wissen testen? Dann bereite dich optimal mit interaktiven Übungen vor. Unsere zahlreichen Original-Klassenarbeiten und die dazugehörigen Musterlösungen helfen dir von der 5. Klasse bis hin zur Abschlussprüfung. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt auf LearnAttack.de an und lerne mit über 5.000 Videos, Klassenarbeiten und Musterlösungen.